nein 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 und was machen wir jetzt was machst du da test vielleicht haben sie so was wie eine karte oder irgendein hinweis auf ihr ziel wie weit soll das hier noch gehen weit wie es eben gehen muss wo ist dieses labor oh ich weiß es nicht sie hat nur gesagt es wäre irgendwo im westen was machen wir hier das geht uns nichts an was weißt du denn schon über mich ich weiß dass du klüger bist als das ach ja wir sind abscheuliche menschen johann und zwar schon echt lange wir sind überlebende die scho es ist vorbei test wir haben es versucht gehen wir nach hause ich werde ich gehe nirgendwo hin hier ist endstation was irgendwann musste es ja vorbei sein was erzählst du das was mich nicht an und ein scheiße sie ist infiziert las mal sehen ich wollte nicht zeigt es mir das ist drei wochen alt mein bis ist eine stunde alt und ist schon schlimmer das hier ist real johle du musst die kleine zu tommy bringen er kannte diese leute er kennt bestimmt oh nein 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 du wolltest das hier ich mach das nicht mit doch machst du hey ich weiß ich bedeute dir genug dass du mir diesen letzten wunsch nicht abschlagen kannst also bring sie zu tommy sie sind hier ich verschaffe euch zeit aber ihr müsst hier weg was wir sollen dich einfach hier lassen das werde ich auf keinen fall ich verwandle mich nicht in so ein ding na los mach es mir nicht so schwer ich kann kämpfen nein geh einfach geh doch endlich ali tut mir leid ich ich wollte das nicht los beweg dich ok Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stimmt sie da. Stopp! Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh, Mann. Hier müssen wir uns beeilen. Tess kämpft da drin gegen die Soldaten. Geh hoch. Da kommt man vermutlich raus. Jetzt lauf einfach weiter. Okay, da müssen wir weiter. Sie wurde neutralisiert. Sie hat zwei Männer getötet. Verstanden. Du, brich die Tür aus. Du, komm mit. Tess! Wir müssen weg. Oh, geschafft. Oh, ne neue Waffe. Oh, Mann. Ein Jagdgewehr. Wunderbar. Hätten wir auch mal ne... Fernfeuerwaffe. Okay. Was machen wir? Joel? Ich hab' es. Schau dich da drüben rum. Krass. Feuerstein. NEDC. Ich hab' dich. Ausgänge sichern. Lass den Kopf unten. Plakieren. Ups. Bah. Oh, Mist. Wow. Äh. Eigentlich wollte ich mich ursprünglich heilen. Dann dachte ich mir, warum, wenn ich wahrscheinlich jetzt eh voll Energie habe. Aber das wäre jetzt cool. Auf jeden Fall. Oh, fuck. Wieso hab ich jetzt... Was, der lebt noch? Ich hab' sie. Ausgänge sichern. Lass den Kopf unten. Oh, Gott. Und zingelt ihn. Sei vernünftig und geh auf. Da. Oh, man. Shit. Fuck. Lol. Kommt halt einfach hier rüber zu mir, um... ... mir das alles ins Gesicht zu hauen. Na. Ah, das ist doch genauso blöd. Wisst ihr, können die Leute einfach an mir vorbeirennen, damit sie dann schießen können? Wie sinnlos ist das? Ähm. Ja, der Typ ist doch so ein Troll. Ups. Ups. Okay, okay, komm, Ellie. Okay, wie komm ich jetzt am besten raus? Na, los. Sehr gut, nochmal fünf Pillen mitgenommen. Okay, jetzt wieder aufpassen. Okay, ne andere Wahl haben wir nicht. Das heißt, wir mussten runter. Hey, komm, ich weiß nicht, wie viele es sind. Ah, da hinten. Ich hab eigentlich keine Lust, die Gegner direkt auf mich anzusetzen. Ich hab zum Beispiel auch nicht weiß, wie viele es sind. Ich hab zum Beispiel auch nicht weiß, wie viele es sind. Ah, Reichweite ist zu gering. Oh, fuck it. Oh, shit. Shit Wow, fuck it Ah, Kopfschuss Ah, da ist noch einer Geht rück Fuck it Ah, da ist noch Shit Shit Oh shit, shit, shit Ja, wow, er trifft mich Okay Okay What the fuck Fuck Jetzt kommt er wieder hoch, wenn ich wegziehe Ich will aber durchaus der letzte sein Du bist tot Ah, fuck it Ich hoffe, es war der letzte Ich habe sehr viel Munition verschossen und Ähm Wie heißt's Medizin verbraucht Wobei Wobei Ah, sehr gut Kann ich direkt wieder nachmachen Ähm High Tempo, sehr gut Medikids, ähm Äh, schneller Einsetzen Fertigungszeit Fertigungszeit Brauche ich eigentlich gar nicht Oh, ist ein Ticken schneller Das kann uns in Notsituationen doch schon sehr Helfen Ich würde sagen Ich würde sagen, wir gehen jetzt raus Keine Lust mehr hier drin zu bleiben Da ist eine Treppe Bleib unten Okay, ich vermute, wir müssen da durch Okay, ich vermute, wir müssen da durch Fuck Ah 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 Rutter Kein Ziel Wiederhole Kein Ziel Da drüben ist ein Soldat Verstanden Stellung halten und auf Verstärkung warten Verstanden Stellung halten Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen Hast du sie? Nein Alles leer Verbiets euch suchen Wir sollten sie finden und abhauen bevor Klicker kommen Wo bist du, du armseliges Stück Scheiße? Oh Nein Oh What the f***? So Ich glaube es waren nur zwei Okay jetzt die Frage wie komme ich hier raus? Muss ich auf die Gleise? Ah wahrscheinlich Uns fällt schon das ein Er kann auch tauchen Kriegt mir hier leider gerade nichts Jetzt die Frage was fällt ihm Denn ein dass sie Okay Oh Ali? Toll Da Da Da